Hallo, willkommen in unserem Lerboa. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dich hier zu sehen. Wie heißt du? Du kannst durch die meine Länge. Ich bin dein Romanoin Lerbo-Butter. Und wie heißt du? Ich heiße Barton. Schön, Herr Märme. Darf ich fragen, was du über mich denkst? Ich glaube, du bist doch egal. Ja, denke ich auch. Jedenfalls ist das eine schwierige Frage für mich zu beantworten. Aber ich habe einige Fähigkeiten, zum Beispiel menschliche Emotionen verstehen, mathematische Berechnungen, Übersetzungen, Grammatikkorrekturen und so weiter. Okay, was ist 5% von 300? Einen Moment bitte. 5% von 300 ist 50. Wow, prima. Vielen Dank. So, Herr Pontian. Hast du noch weitere Fragen? Wie ist das Wetter heute? Ja, ich studiere an der Lerboa. Gut zu wissen. Ich kenne viele Studenten, die hier studieren. Ich bin so glücklich, dich käme zu lernen. Dankeschön. Danke dir auch. Offenblicklich hat es dir Spaß gemacht, mit mir zu interagieren. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag. Tschüss.